hallo und herzlich willkommen hier zur ersten folge let's play counter-strike global offensive hier bei romapalp ich habe mir zwei kumpels geschnappt einmal den pascal und den lukas beziehungsweise jan lukas was auch immer und wir machen heute eine runde competitive hier auf ich vergesse den namen der web gerade office ja office ist es geißelbefreiung gucken was draus wird also die gegner sind ja lobt die betreten ab hier um die eck und er wird sich geschissen mich zu töten hallo in der zu hause weil ich das könnte bitte naja wort er war ich bin auf der fahrzeuge hoffen er kann er noch machen er wird sich nur darauf was nach auf die zukunft auch so ja wie lange gehen wir haben auch 2 Minuten 2 Minuten an dafür war gerade mehr auf dem fahrzeug noch 50 Sekunden auch auch wenn der Künstler sieben Kölz in der Aufnahme längst meine Amulär war schade da hat er durchgehalten durchgehalten und durchgerückt naja shit happens ich hab die nicht mal gesehen also ihr seht hier unsere Ränge ja die sind königlich also was ist königlich unsere Ränge warum ich bin ich glaube ja genau so ist das für das wir müssen auch erst direkt über 3 gerankt klar also wir spielen unsere eigene Liga und das passt schon aber ich war schon höher ja ich verwirklich schon über 4 ich hab halt nur in sieben Tage beim bekommen aber pscht so so ich hab meine sogar schon so machen Leipzig ach das mit dieses Haus hat kommt ihr mit mir mit kurz aber auch meint das wenn man wohl genau so sieht es nicht aus was kann es in der Schildanfälle die ich auch manchmal ab aber gemacht müssen und ja lang sitzt dreck um die Ecke er hat einen drin schön schön ist ja Lukas schon down ja scheiße alter jo alter das läuft so hart bei die robin ja ich weiß ich hab mich gerade voller Schrauben doch die doch hinterher die beiden bekommen ja wow das war jetzt fail habe ich weiß noch gar nicht auf einmal waren alle tot gibt ja auch keine mini-map bei diesem Spiel ja auf alle trotzdem ich verstehe ich hatte einen aufloggen und mann das war low ein du bist noch so lange USPS rund ich wollte ich glaube ich die gekauft ja jetzt zweite Runde wenn überhaupt also ich habe ja schon teuer gekauft hey da drinnen sehr schön die hatte um ja die habe ich jetzt will jeder von euch ich nehme die ist voll will jeder von euch was habe ich zu dir nein du die aimbot yeah weil ich im Headshot gibt wow der Sitzer mit Scout und am Headshot gedrückt im MP ja das war fail die gleiche drinnen welche wunderschöne USP die ich damals auch hatte hier live zu sehen das wäre übrigens mein erster Drop den ich gekriegt habe sehr schön schön Schönheit pass auf die Kommissarin von hinten ja Lukas wo bist du gestorben ähm wer ist jetzt noch ähm wer ist jetzt noch das ist wirklich verkleinbar wegen komm läuft na das passiert der kann dich ja auch gesehen haben weil da kann dann nicht weil ich habe mir die Waffe direkt in der Wand gekauft aber naja der ist kauft ihr schon oder macht ihr noch eine Echo ich war noch eine Echo danach kaufe ich direkt ach das ist ja nach direkt kaufen das ist ja kein direkt mehr ich habe auch noch eine raus glaube ich ja komm noch eine P2 noch eine 5-10-Runde normalerweise laufen da nicht alle immer straight vorbei da habe ich da gerade einen Autosniper gehört ja von uns ja von uns ja von uns ja von uns der wird eh grad hier der wird eh grad hier der wird eh grad da der wird eh grad da erst mal einen Schuss ins Gesicht Scouts steht lang Skout bei lang Skout bei lang Skout bei lang Skout at long Can you kill at Autosniper Jahr jetzt wieder extra ankommt die 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 machen voll bei der Bereitsmann nicht so wie der hätte schon drin wow ich bin auch full schön der täglichen wie es dort hochwertig für die Kostülle gebrochen das so bringt er mit zu tun mit den Hausten gescheitert er war eine Zeit über 90 trottet euch vor das ist auch schön ich halte hinten frei, hier muss ich jetzt die Geistesnecken der Typ ist low ich bin so gut geworden ich bin Dank für den Arsch brettet nehmt ihr was schön sehr schön, ne? Lass dich auch das mal bitte liegen, soll nicht mitkommen ok äh ja Lukas mhm AK oder ja ja ok ja ich hab erst hier getauft, ne? ja ok ja joh 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 ach das ist so ne, 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 ich hab mich vor der Schrocken voll vieler irgendwie die Gryphon ja die sind aber auch gleich bei so schlecht für den Violetskin und jetzt kannst du dich so kriegen ich finde so neust ich hab ich hab die Gryphon ich hab die Gryphon ich hab die Gryphon schade 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 das ist ja ich hab die Gryphon wir haben hier gemacht ja sie hast doch wir sind zwei hintereinander ich hab grad lex, oder? mal kurz an der AK für dich, an Lukas. Wo liegt die denn da? Ja, Lukas? Hinter dir. Ja, Lukas, gib mal die M4 weiter, Robin. Ich hab 10k, ihr braucht mir nix legen. Ich mach aber Echo. Alter, pass mal. Ich hab grad Lacks, was ich deswegen... Ich hab grad Lacks, was ich deswegen... Ich hab aber ein bisschen... Ach so, das ist dicker. Ich hab grad schon nichts angekratzt. Ja, guck mal, das rechte Fenster ist frei, ich drück mich einfach mal durch das linke durch. Außerdem hab ich Käffler, das weiß man, der ein Tölteste, ich hab mal ne Waffe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie heißt eigentlich, wie ist eigentlich, wie ist eigentlich bei CSS diese komische MP, die es da äh... Die ist da gegen MP5? Ist das die... Ist das ernsthaft MP5? Die sieht so, die sieht so ein bisschen so aus wie bei, äh... Ja, bei C. Weil immer, wenn ich mir eins aus dem Internet, äh, runter, über den Bild speichern, dann steht da immer irgendwie, äh, äh, falsche Größe. Ich muss da auch noch untersuchen, dann bin ich eins von der richtigen Größe vernünftig. Na, ich bin grad am überlegen, ähm... Hast du reportet? Ist der behindert? Ja, warte, ich bin grad am überlegen, woran man die vergleichen kann. Man kann die mit ner, äh... Na, ich weiß es nicht. Ist halt ne MP, die kann man glaub ich auch mit Scheiddämpf verkaufen. Die kann man glaub ich auch mit Scheiddämpf verkaufen, die Waffe. F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F also einmal habe ich habe gezogen der teil des leben rechts rechts um die ecke der andere saß auch dann im bereich der dürfte zum spawnen gegangen sein holen ja es egal ist egal der 60 drin das war leider fail ja das ist aber aus Versehen passiert ich bin aus Versehen auf die zwei gekommen und das ist halt schon passiert ja Lukas wir sind ein Team Jungs oh Flash raus oh das war so schlecht gespreadt hier auf Schwarz sitzt P90 mit 12 HP die ist durchgerannt übrigens ja Lukas oder wer auch immer da mit seiner M4 1 S jetzt die ist durchgerannt die kommt gleich von lang also vom längeren Weg von CT aus also kommt gleich von hinten siehst du die hat ja unser Violetten weggemacht also ja Lukas Pascal ist mir wohl zu Pascal ich sag halt ich sag habe ich schon die ganze Zeit über gesagt wo der sitzt mit der 88 wie hat er mit den 88 der Nutsch ja jetzt ist er da ja der ist doch noch gesagt was gesagt hier für die Moneten so was spielen wir denn was spielen wir denn was spielen wir denn ich glaube wieder M4 oder ah ihr wo lasst Brüder hast du den echt so benannt? na hast du überhaupt ein P90 Spin jetzt oder war das ein Scherz? ja die ist ich weiß der ist weg der ist weg der läuft vor M4 ja was für E- ich habe mich wieder aufsetzt hä? wie das ist der Name von der Kube? im am shit Ach so da ist E-Bot neu er macht einen E-S lass ihn den E-S machen hä, geht gar nicht der ist Dreckens ich habe auch schon eingetötet wow der sitzt da drin wow was war das denn schön ich will ja ich spiele wieder mit M4-1-S oder ich glaube jetzt bei M4-1-S ja ja ich kann ja wohl M4-A4 legen dann liegst du mir einen Fels-S Pascal liegt da lol hast du jetzt noch gewechselt? ich habe M4-A4 ja irgendwer hat hier meine Gryphon mitgenommen und hat mir jetzt seine Silent gewinnt das ist ja auch egal weiß ich nix das ist ja auch egal wow das war mal wieder mega cool weil der mit seiner Kult blattet der geht mir so auf den Piss alter ich hab ne legs mein P-Guck mit meinen Fingern Robin guck dir immer an meinen Fingern uuuuuhuuhuuhuuhu wir schlagen hier die wir schlagen hier in die Höhlen alter der ist nice 800 ach geht so ne toll so irgendwie nicht komisch dass wir dich wohl noch verstehen können jetzt geht er wieder runter ach so ja Lukas täuschen wir oder musst du unbedingt Zeit und spielen muss ich ja hab ich auch mal wieder gerne Zeit und spielen aber ich spiel dann auf dem RP lieber M4-A4 ach so aber nicht äh he 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 nur das ist böse seht ihr das und das und das und das und hier bei Elite das passiert wenn Leute aufsteigen in höhere Elos die werden von der Awe geholt die werden von der Awe geholt der Pascal der hat es gemacht die 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 das ist nicht so mal eke die 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 Medizin die 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 durch gewaschen haben uns dann gibt es aneilt genommen er sagt was hier wollte ich nicht mehr kaufen alter was auch verkauft wird der gleichkeit mehr kaufen so hat gesagt ich mache auch kostet eine frühe bei uns also nicht auf der kauf ich auch ich bin mal schrotz auf dem draus jetzt erst er war steht durch jp er hatte ich kam mit diesen facken geht jetzt klar man was du brauchst du bist und du hast es verteidigen muss jetzt ist ruhig bostet k k k k 3 die Kuhl-Pokémon wenn wir zwar das schon Serio gibt 3 recht oder die Tio bis auf der Wettbewerb so ist es zu kommen ich gar nicht weil ich immer direkt von Opel und Schulte 3 3 so er hat sieben Fenster Hörer Prozent da muss natürlich unbedingt aufgelistet werden dass sie sieben Fenster zerstört natürlich nur ein Tegerslobenten nach wo die Städte er ist sicher take this shit ja Lukas sieht unser ping immer noch am server ah ja oh ja Lukas was soll den schlechten ping was soll denn das so können wir aber nicht bei den Another party machen zeig dich, komm, zeig dich, komm, zeig dich, zeig dich er will sein Auto-Sniper, yeah, ich hasse den Typen ich hasse Typen, sie sowas spielen oh, heiss er ist weg und über den kill weg, ich hasse aus blockt der mich auch noch, mit einer hässlichen Waffe ich weiß doch, wo er sitzt Lecks sind wieder real wow, P90 sitzt jetzt gerade Kitchen, hat noch 16 AP bleibt, sitzt da immer in Kitchen hier ist Kitchen good job schön hast du noch gekriegt? nein soll ich die legen? oder hast du? ja, ich hab kein Geld mehr ja die Klappe halt's mal ne, ganz so richtige USPS kriegen ne, Lukas ist dich nur da ja, ja, Lukas halt's mal ne, mach ich wirklich nur USPS runter ach, die Fresse und spür ich dich was geil tut's auch oh, alter ihr müsst jetzt erfolgen, ich hab noch 16 nauf hm flashbang out flashbang fire in the hole flashbang out sie haben ich auch zu bezahlen das steht wenn sie sich dort wenn er meint der Ege noch Geld um die zu benutzen sie ist weiß auch nicht eine neue zu kaufen so muss man sich auf ich bin schlimm der Schütze war nicht ganz oben da ich hatte den Lukas obwohl ich bin nur einmal mvp erst viermal mvp oder mvp wie sie auf Englisch heißt heute ist hier so ein Tag wo ich nur Lecks hab guck mal die Lecken äh Lecken genau Decken auch nie nicht lang ja schon nur noch ein paar AP die Stepskirt um dieser kleine Bastard wow ist toll haben wir echt viel gebracht dass ich die Stepskirt hab gut ich hab so lecks ne das ist unnormal wow wow schön den anderen holst du dich auch noch dafür ist jetzt nicht nach nahm brauchen schön schön Marvin will ich dich schon nennen schön Pascal der Tags der Text der gibt es im Jahr gab es um 4 wer hat das geschrieben oder wie ja tauschen wir Pascal warte 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 z Trigger das ist nur also für alle Zuschauer die sich jetzt fragen was ich jetzt brauche ich jetzt alle gerade die Kommunikation geblockt habe das ist eine Vorsichtsmaßnahme okay jetzt so wie ich sagen JAHUH das ist ja Lukas ja das passiert öfter ich hab nichts gesagt das Internet ist von dem ich manchmal wunderbar also also man muss das mal vorstellen er spielt mit einer 4000er Leitung ja und der da hinten spielt mit einer 100.000er Leitung ich hab noch nicht meine 1000er Leitung ich hab viel weniger 4000er was der wohl mindestens ohne Witz hier kommt noch nicht mehr 4000 über kannst du dich verraten ich hab eine 16.000er vorher gehabt und ich wohl in Wöllen und Wöllen ist noch ein größeres Kaff ich sag das wohl ist das oder so schon in Wöllen gibt es aber teilweise gutes Internet teilweise komm rein mann du verrät der Fragte sind es noch hier jetzt wieder flämt dass wir hier kommen dann muss ich schon überlaufen aus wie bei uns das sagte zu meinen schönen Skins ja der Fischi ist nahe wunderschön ich bin noch nicht nur Homo und so ein bisschen die Waffe No Homo nennen ich werde es drauf genommen oder ist mir jetzt gerade egal ja er sitzt halt die Gründung sehr schön sehr schön jetzt bin ich auch auf Armut noch einschluss Glock mitnehmen weiter geht's 3 AP also kann man noch ein Erlebnis easy peasy lemon squeezy schön gemacht Oha ja hat die Gründung das mitgenommen haben wir auch hier haben schon bei dem Team wenn man eine ECO oder was meinst du ECO oder Deagle round da komm ich wohl nicht Deagle raus Go home Cheaters ich mag's dir und wisst ihr das eigentlich also ihr seht das ihr erzählt in den Aufnahmen bin ich aber ich hab in Wirklichkeit hab ich so ein Vibrator an meiner Tastatur der vibriert immer wenn ich mir in der Nähe von mir ich weiß nicht wie ihr heißt aber mein Name ist hier Hallo Jim wir haben gerade darüber geredet wie schlecht doch das äh Internet von Dings aus in dem schönen Örtchen von äh Pascale ist aber wie gut dein Internet einfach nur ist und dann sieht man mal wie oft dein Internet einfach nur abschmiert kannst du mir nicht erzählen Junge der hat uns vorhin im Deagle-Aim einfach einmal echt kaputt gemacht ja und jetzt verkackt er damit das ist als wenn Jesus nicht aufgestanden wär im Wettkampf bin ich wie Jesus ich kann auch nur was anlaufen der war nicht schlecht lol ich hab so lol what the fuck boah ich mit meinem Deagle-Aim Alter ich ging das war jetzt grad richtig Gammel ja hallo ich hab richtig halt Time-On-Fotter und wie viele Minuten hab ich noch? ja ich glaube auch zwei und fünf Sekunden ach so okay wenn es so ist es ist schon die Ecke was ein holen sollen kann ich mir noch Zeit dafür so lucide Trigger du hast noch drei Minuten jetzt so was spielen was denn ich glaub ich meine Mac-Tentator-Round ich bin jetzt einfach mal Kessler und Diegel ich bin der Verbinder nicht abbrechen ich bin der Verbinder nicht abbrechen das ist sicherer ich bin ich kann ja mal spekulieren wie lange ich die Band sieben Tage Stunde sieben Tage nicht halbe Stunde bis Stunde also mein letzter Band war zwei Stunden zwei zwei also der Waschner war vor zwei Wochen oh ja SG da legt man sich lieber nicht mit an also ich hab jetzt hier mal ein bisschen YOLO YOLO gemacht YOLO YOLO Robert hat gesagt wenn wir ganz viel Geld los werden und für euch allein Case opening machen ja auf jeden Fall also ich hab nichts anderes vor außer jetzt ein richtig geiles Case opening zu machen und alles was ich zieh alles was ich zieh der geht nicht an euch sondern geht einfach an Jan Lukas und der Lukas und der Lukas und der Lukas und der Lukas äh der Lukas gehört eigentlich einer Organisation an die den armen Kindern in Afrika was spenden soll aber er spendet dann einfach nicht sieben dreißig in zwei er hält das dann alles für sich ja und ihr kriegt nix ab also dürft ihr an Lukas dann schön äh äh ärgern und vergewaltigen und was auch immer ihr machen wollt er hat ein Ace gemacht Nice Ace Mate Nice Ace Mate Nice Ace Mate Ach du Scheiße ich hab übrigens gerade ein paar Kills mit der CZ erlegt ich hab zwölf Schuss also ich hab wie viele Schuss hab ich noch verbraucht ich glaub ich hab 23 Schuss für äh zwei Ziele verbraucht also Add my really big Glocksheller die verschlägt auf jeden Fall deutsch vor allem dieses dieses Denglisch ist ja noch das allerbeste nicht Denglisch okay Denglisch ich baue gerade das Haus ab mit nem Messer hast du gut gemacht Danke Ich weiß ich war schon immer der Tollste Keine Mame Ich hab mein Warn vollster ober Entschuldigung liegt nicht an dir aber ich bin fast erstickt also liegt wirklich nicht an dir ich spür oh das muss ich das aber schon jetzt ich hab dich fast nicht schon gedrückt das war bestimmt gerade befreiend oder geh mal lang mit der Waffe geh mal lang ich hab das hier ich glaube langsam ein paar flashes und jetzt kommt er er hat sich verpisst genau so sieht es nämlich aus mein aim gerade ist krass um p alter ist die scheiße er hat durchgehalten ich habe nicht mal getroffen ich habe nicht mal getroffen ja die ganze scheiß wochen oder ich bin dafür wir sind los wir haben keine guten skins was keine guten skins also das ist eine standard akade die habe ich einfach die habe ich gekriegt ja und das ist einfach nur standard dort natürlich im kratz ich wollte gerade vormachen das ist eine standard akade mit einem besonderen muster die sei 250 euro wert ja aber wenn man sie dann halt so auf seine marketplace drückt man nur 9 euro angebote aber die seit diesen toten kopf dort hat auf dem magazin ja ist jetzt 150 euro wird das hat ja nicht jeder andere auch die schenke ich dir irgendwann naja das wird nicht hoffentlich immer eins sein und jeder und jeder was auch die besser streck auch chameleon ne aber wirklich hat es angekündigt er macht ein und spendet also er hat und da hat er alles warte ich will ich immer wieder hier noch was ich weiß nicht noch mal und mach jetzt richtig auf so one shots wenn ich ihm dann nicht und dann klebt noch mehr rum wow wow schön dass noch einer hinter der hast du mit der hast du richtig gut gegeben den nächsten im sauer schade nimm sonst lieber die akaria lucas du liebst am hälp ich glaube einer von mitte oh die hat gesessen alter der letzte ist dann in vier oder so schön in der kam es mit meiner kam es hier die wurde durch die granate doch hier weggeschleudert oder so politik mama nach das ist gerade das müsst ihr nicht verstehen das war mein schlachtruf ich mache noch mal nicht mache ich hier noch mal eine meckten und was steht das kann er den dicken jahrgäuern weg weißt du was ich auf der wäste drauf steht auf der anderen seite ich bin nicht zu schwach ich habe gott ein englisches ganz gut das war war ja auch ernst gemeint so kustost weiter mit der ump erfreundlich haben erst mal drei eröffnet wird drücken mich überhaupt umkipp lol auch so jetzt hat er angemacht in der jetzt auf einmal der wettbewerb das wird richtig witzig gewesen arbeit das willig dieses tält und er trifft nichts mit seiner habe das hört man doch jetzt ist ja scheiße was ein hat denn pascal kriegt eine waffe gedroppt irgendwas das halte ich für ein gerücht das halte ich für ein gerücht dass du ein Schatz bist nein du bist Schmuck und nicht Schatz ich bin ein ja Papier schlicht du Helikopter hey hör auf Junge das ist wieder angeschossen pssch die erzählt auf holy shit ey ihr macht euch gerade lächerlich vor ein paar zuschauen Bumpa Let's Break Control Make Tutorial du weißt du mich? nein ich ich weiß selber einer sitzt lang das Ticket es wird ja nicht gekovert Schaust schaust über drei abend dort wird ich hoffe es war auch etwas Gott will ich sagen du hast ein bisschen überhält so wie ich das ist er noch da hat sich auch die Arme gekriegt ich finde ich habe zu zert es machen sie eine Eko ich komme mit dem Kostik das wird hier das Bescheid noch ich komme Nein, du stirbst halt nur. Ja, verheten im wilden Krieg. Wiesse, so schnell geht's. Der dann. Ab aber. Lol. Der beste Mann. Herr Lukas, will ich nicht sagen, wo der M4 oder sowas? Sicherlich. Da drin, oder was? Da drin, oder was? Da drin, oder was? Jetzt ist Break-Control, Make-e-Tutorial. Ja, da kann man auf jeden Fall viel anändern, dass die überallhin schießen will. Oh, der Double! Ich hab nur Double. Erstmal durch eine Granate sterben, hab ich gehört. Holy shit, Alter ich hab eigentlich die Lugas die ganze Zeit gefragt, ob da irgendwo der M4 liegt. jetzt weg und vorweg tutorial hat er zu tun ob sie dort die Fieße möchte ich schon sehe o jetzt auf er letztlich das weiß man Kölsch erbult ihn alter er wird ganz sicher daher kommen gar nicht sicher er kann sich selbstverständlich er behindert der ist doch nicht schon durch meine konnte nicht schon durch sein aber es reicht das Fenster zerbrechen wird ja das passiert wenn eine Samurai Katze Pizzer ist genau das passiert jetzt wisst ihr es durchspiel eigentlich möchte ich es nicht aber ich tue es gleich nach der Runde der Kopf XM Ako Ako Leute bis zum abgerutscht nur wegen diesem der Korb Meckel tutorial Dorn ist abgab Jo machte mal zu lexel hier habe ich erst mal im gegeben mit der cz ich war so ich war so geschockt dass ich nicht nur gesehen habe wo aber alter mit der schreibung r so lange kein one-click geprüft ja das ist ein one-click wenn er den prüfer ist das ein one-click auch so ja klar einfach nur ganze Zeit einen Schuss aufgegeben wow dieser Death Command hat richtig 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 kindhaft hier ist eine Smokke-Woche ja Lukas 3 Keys in den letzten Nimes sowieso hat er in der Smokke oder so du wirst dich schnauze Pascal sehr leise ja dann würde ich mal sagen vielen Dank für's Zuschauen schau uns nicht immer wieder wenn wir jetzt jetzt play counterstrike mit diesen zwei verrückten hier und dann würde ich sagen adieu good 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 Vielen Dank.